Ja, herzlich willkommen zum Let's Play Pinball FX2. Ich habe mich heute sehr gefreut, als ich auf dem Steam-Markt gesehen habe, es gibt einen Flipper. Und der ist sogar noch kostenlos. Aber wie wir jetzt hier gleich sehen, ist das mit dem kostenlos nicht so ganz. Das ist hier halt eine Demo, wo wir kurz die Tische anspielen können, die jeweils zu einem Thema zugeordnet sind, also wie Star Wars oder Marvel Comics. Und die muss man sich dann als DLC-Pack sozusagen dazu extra kaufen. Es gab ja schon Ewigkeiten keinen richtigen Flipper mehr. Ich kann mich noch entsinnen. Es gibt den Sonic Pinball 3D-Flipper, so heißt er glaube ich. Den gibt es auch auf dem Steam-Markt, den könnte man noch empfehlen. Aber ansonsten habe ich halt noch so einen anderen alten Pinball, weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Naja, auf jeden Fall schön, dass es mal wieder einen gibt. Und für 8,99 kann man sich dann hier diese Packs dazu holen. Gut, schauen wir uns einfach mal eins an und spielen mal los. Nehmen wir doch mal Star Wars. Und starten die Demo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Das sieht doch schon mal nett aus. Oh ja. Endlich mal wieder ein Flipper mit Up-to-Date-Grafik. Und das auch noch schön mit dem Star Wars Flipper. Ich weiß nicht, ob es diese Flipper-Tücher auch sozusagen im Original gibt. Ähm, aber wahrscheinlich nicht eins zu eins so. Würde ich sagen, starten wir einfach mal. Wenn er beginnt, wenn er beginnt. Ja. Die Flipper, die Flipper-Trigger ganz normal mit den Links-Rechts-Triggern vom Gamepad. Und den Ball starten tun wir mal mit A. Und auf X kann man die Ansichten auch noch verändern. Ach, schön. Mit dem Lichtschwert. Ja, da war auch nett. Der ganze Sound. Ist getroffen. Ja, du musst complete the training. Use the force. Yes. You must choose. Oh, jetzt dürfen wir uns was aussuchen. Ja, nehmen wir doch die Sound-Effekte wieder super. There's a meteorite, der hit the ground near here. I wanna check it out. Won't take long. Hol dir das Lichtschwert. Ja, ich hol's hier. Wie kann ich jetzt holen? Die Sachen, die linken, sind dann meistens die, die man dann treffen sollte. Ja, leichter gesagt als getan. Also wenn wir hier eine Million Punkte bekommen, dann wäre das ja schon mal nicht schlecht. Ja, und man sollte sowas nicht sagen. Ja, und man sollte sowas nicht sagen. Ja, und man sollte sowas nicht sagen. Das war's dann hier. Dann. Ja, mein Master. Let's start. Ja, und vielleicht treffen wir noch was, die sich die Kameraansichten hier verändern hat. Ja, und da war's, dass auch schon mit der Demo fortsetzen. Typical. Ja. Don't fail me again, Admiral. I won't, my Lord. Ja, das war dann wohl der erste Tisch. Dann probieren wir vielleicht mal noch einen zweiten. Ich stopp mal kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Tisch. Bis gleich.